Ich bin Ebi Pavlovic, ich studiere Facility Management an der ZHW mit der Vertiefung Workplace. Ich habe mich für diese Vertiefung entschieden, weil das Thema Workplace ein extrem aktuelles Thema ist. Die Bürowelt ist im Wandel, man arbeitet virtuell und es gibt Coworking Spaces. Man weiss auch heute, dass die Büroumgebung einen sehr grossen Einfluss auf die Effizienz und Gesundheit der Mitarbeitenden hat. In dieser Vertiefung lernt man den gesamten Workplace-Management-Prozess von der Initialisierung über die Planung bis zu realisieren. Vor dem Studium habe ich das KFA gemacht und dort gelernt, mit Menschen rumzugehen. Von dem kann ich heute noch profitieren. Am Studium gefällt mir der Praxisbezug und natürlich das Sportangebot, wegen uns auch mein Fitness nebendran. Ich arbeite in diesem Studium in einer Start-up und mein grösster Highlight des Studiums war, wo ich mein Wissen zum allerersten Mal in der Praxis anwenden konnte. Ich gehe jetzt mit anderen Augen durchs Leben. Wenn ich in einen Raum reinkomme, achte ich mich auf die verbauten Materialien und ob sich die Menschen in diesem Raum wohlfühlen. In der Zukunft würde ich gerne im Workplace-Management einer Grossfirma arbeiten, weil dort der Aufgabenbereich sehr vielseitig ist. In der Zukunft würde ich gerne in einem Raum reinkommen.